In diesem Video geht es um die Jazz-Kadenz. Ich erkläre dir, was die Jazz-Kadenz mit dem Quintenzirkel zu tun hat, wie du sie bildest und welche Beispiele es für die Jazz-Kadenz in Dur und Moll gibt. Viel Spaß! Moin Moin und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Hier findest du ab jetzt regelmäßig alles zum Thema Musiktheorie, Komposition und Arrangement. Wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben willst, dann vergiss nicht, jetzt ein Abo zu hinterlassen und am Ende des Videos auf Gefällt mir zu klicken. Vielleicht hast du schon einmal gehört oder selber herausgefunden, dass Musik ganz oft in Quintfällen aufgebaut ist. Und je nach Stück siehst du diese Quintfälle entweder deutlicher an Harmoniefolgen und an Akkordfolgen, dass die jeweiligen Akkorde in Quintfällen, also in Quinten abwärts angeordnet sind oder was noch viel häufiger vorkommt, ist es gar nicht so eindeutig, da sind Akkorde ersetzt worden oder dieser Quintfall ist sehr stark verschleiert, im stärksten Fall durch Halbtonbewegungen. Musik ist deshalb so häufig in Quintfällen aufgebaut, weil das harmonisch sehr, sehr gut funktioniert und einzelne Akkordfolgen besonders gut funktionieren. Eine Akkordfolge, die fast ausschließlich auf Quintfälle setzt oder eine Kadenz, ist die sogenannte Jazz-Kadenz. Und um die Jazz-Kadenz soll es heute auch gehen. Wir schauen uns erst einmal an, was die Jazz-Kadenz überhaupt ist und wie die Jazz-Kadenz gebildet wird. Dann gebe ich dir Beispiele für die Jazz-Kadenz in Dur und Jazz-Kadenz in Moll und wie sie benutzt wird. Und wir schauen uns auch an, wie die Jazz-Kadenz mit dem Quintenzirkel zusammenhängt und wie man den Quintenzirkel mal wieder zur Hilfe nehmen kann. Wie immer habe ich in der Beschreibung natürlich auch eine Kapitelübersicht eingefügt, sodass du, wenn du merkst, okay, dieser Abschnitt, der ist für mich gelernt, da brauche ich nicht mehr länger zu gucken, dass du dann einfach zum nächsten Kapitel weiterklicken kannst, damit deine Zeit nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Um die Vollkadenz zu bilden, schauen wir uns erst einmal an, was denn eine Kadenz überhaupt ist und was dieser Begriff Kadenz auf Deutsch übersetzt heißt. Und Kadenz kommt vom lateinischen Verb kadere und das heißt nichts anderes als fallen oder enden. Und das Wort Kadenz, das kommt uns beim ersten Mal in die Quere, wenn wir eben sowas sehen, dass wir einen Dominanz-Sieben-Akkord haben, der in einer bestimmten Tonart wieder zur sogenannten Tonika auflöst, also wie du hier siehst, vom G7, das ist dieser Dominanz-Sieben-Akkord, der auf der fünften Stufe einer C-Dur-Tonleiter steht, zum C-Major 7, welches die Tonika in C-Dur ist und auf der ersten Stufe von C-Dur steht. Ich blende dir unten auch nochmal komplett eine Harmonisation mit den Akkorden von C-Dur ein, dann kannst du das auch hier im Video mit nachvollziehen, wenn du das noch nicht kennst. Und eben, hier spricht man von einer Kadenz und in dem Fall ist es auch eine authentische Kadenz, weil wir in diesem G7-Akkord einen Tritonus haben zwischen den Tönen H und F und diese Töne H und F sich dann über das Gleitton- und Gleitton-Prinzip nach C-Dur wieder auflösen und eben diese extreme Dissonanz wieder zur Konsonanz hier, diese Spannung zur Entspannung, die beschreibt dann eine authentische Kadenz und, was wir hier auch noch merken, vom G zum C runter, das ist ein Fall um eine Quinte nach unten, wir fallen hier fünf Tonleiterschritte nach unten, also ein sogenannter Quintfall und was diese authentische Kadenz eben ausmacht, ist dieser Quintfall von einem Dominant-Sept-Akkord runter wieder zur Tonika. Um eine Jazz-Volkadenz zu erhalten, müssten wir jetzt durchweg Quintfälle mit den Akkorden von C-Dur machen und wir müssten uns unsere Akkorde von C-Dur, das heißt also C-Dur-Akkord, D-Moll-Akkord, E-Moll-Akkord, F-Dur-Akkord, G-Dur-Akkord, A-Moll-Akkord und H-Vermindert-Akkord müssten wir jetzt in Quintfällen anordnen, so dass wir am Ende wieder beim C-Dur-Akkord ankommen. Nun wissen wir ja, dass hier von dieser Dominanten in C-Dur, dem G-Dur-Akkord, zum C-Dur zurück ein Quintfall gegeben ist. Wir müssten also, um jetzt die Jazz-Volkadenz zu bilden, den nächsten Quintfall finden, nämlich von irgendeinem Akkord ein Quintfall zum G-Dur. Und ein Quintfall mit einem Akkord aus der C-Dur-Tonleiter zum G-Dur-Akkord können wir mit einem D-Moll-7-Akkord erreichen, beziehungsweise mit einem D-Moll-Akkord, denn vom D runter zum G haben wir auch wieder einen Quintfall. Nun haben wir zwei Quintfälle, einmal von der zweiten Stufe aus C-Dur zur fünften Stufe und von der fünften Stufe zur ersten Stufe einen Quintfall und auch eine authentische Kadenz. Und bei dieser Kadenz aus diesen drei Akkorden spricht man im Jazz, in der Jazz-Harmonie-Lehre auch von einer 2-5-1 oder von einer Jazz-Kadenz. Wenn du das Wort Vollkadenz oder volle Kadenz schon aus der allgemeinen Harmonie-Lehre kennst, dann wirst du jetzt sagen, okay, warte mal, das ist gar keine Vollkadenz, weil die Vollkadenz nach Riemann, die sieht doch ganz anders aus. Genau, das ist richtig. Wir sprechen hier von der Jazz-Vollkadenz. Die wollen wir jetzt bilden. Die Vollkadenz nach Riemann, die besagt nämlich, dass hier eine Subdominante zur Dominanten und dann wieder zu Tonika gehen muss. Das heißt also, hier in C-Dur müssten wir die Akkorde F-Dur, G7 und C-Dur haben. Hier haben wir jetzt aber ein D-Moll-7, sodass wir durchweg Windfälle haben. Und in der allgemeinen Harmonie-Lehre spricht man bei dieser Kadenz vom F-Dur zum G7 zum C-Dur dann auch von einer vorbereiteten, authentischen Kadenz. Denn wenn wir uns mal das erste Beispiel der unvorbereiteten, authentischen Kadenz angucken, dann fallen wir hier mit der Tür ins Haus. Wir haben meinetwegen einen C-Dur-Akkord gehört, wissen, dass wir in C-Dur sind. Dann hören wir ein G7 und dann wieder ein C-Dur. Heißt also, wir haben hier ziemlich unvorbereitet eine authentische Kadenz gehört. Vorbereiten können wir das nach Riemann, indem wir von einem C-Dur aus starten. Dann hören wir die Subdominante, sind in der Spannung schon mal ein bisschen extremer geworden. Und dann gehen wir auf den spannungsreichsten Akkord von C-Dur, das G7, die Dominante, und lösen dann nach C-Dur auf. Und hier spricht man dann von einer vorbereiteten, authentischen Kadenz, beziehungsweise Vollkadenz nach Riemann. In diesem Video geht es aber um die Jazz-Vollkadenz. Und in der Jazz-Vollkadenz bauen wir eben diese Kadenz durchweg mit Quintfällen aus der Diatonik auf. Also in diesem Beispiel aus C-Dur. Gut, jetzt haben wir schon mal den Quintfall von der zweiten zur fünften Stufe von D-7 zum G7. Und dann wieder einen Quintfall von G7 zu C7. Wir suchen uns also jetzt den nächsten Quintfall, den wir hier machen können. Und der nächste Quintfall wäre gegeben, wenn wir jetzt vom A-7 auskommen. Vom A-7 zum D-7 fallen wir wieder eine Quinte runter, dann vom D-7 zum G7 eine Quinte runter, und vom G7 fallen wir wieder auf das C-Dur eine Quinte runter und sind wieder in der Tonika gelandet. Das Ganze klingt dann übrigens so. Während nun diese 2-5-1er-Kadenz von eben aus den Akkorden D-7, G7 und C-7 eine Jazz-Kadenz darstellt, spricht man in der Jazz-Harmonie-Lehrer bei einer Kadenz aus diesen vier Akkorden in Quintfällen angeordnet, spricht man von einer erweiterten Jazz-Kadenz, beziehungsweise von einer 6-2-5-1 oder von einem sogenannten Jazz-Turnaround. Diese vier Akkorde machen die einfachste Form eines Jazz-Turnarounds aus, wobei es im Jazz ganz, ganz viele Arten von Turnarounds gibt, die aber alle nach demselben Prinzip funktionieren, eben diesen Quintfällen, die man aber dann auch ausbauen kann mit Substitutionsdominanten und Sekundärdominanten. Dazu blende ich dir auch nochmal ein Video in der Infokarte ein. Jetzt haben wir bereits vier Akkorde aus C-Dur abgedeckt. Wir brauchen also noch drei weitere, um alle sieben Stufenakkorde von C-Dur in unsere Jazz-Vollkadenz einzufügen. Vom E-7 aufs A-7 hätten wir den nächsten Quintfall, das heißt also von der dritten Stufe aus C-Dur aus, E-Phrygisch wäre der Mode, den wir da drauf spielen würden. Und jetzt brauchen wir als nächstes einen Quintfall auf das E. Und eine Quinte höher über dem E steht das H-Moll mit verminderter Quinte. Wenn du jetzt unten nochmal in die Diatonik, die ich dir eingeblendet habe, schaust, dann siehst du, uns fehlt jetzt nur noch ein Akkord, und das ist jetzt nicht mehr schwer, uns fehlt jetzt eigentlich nur noch der F-Dur-Akkord, beziehungsweise in F-Major-7, hier in dem Beispiel benutze ich ja durchweg, vier Klinge. Und wenn du dir jetzt das Verhältnis vom F-Major-7 zum H-Moll-7 mit verminderter Quinte anguckst, dann stellst du fest, als einzige Ausnahme, Moment, das ist kein Quintfall. Einen Quintfall hätten wir doch eigentlich, wenn wir jetzt einen Fis-Moll- oder einen Fis-Dur-Akkord einfügen. Und das ist auch genau richtig, nur diesen Fis-Dur- oder Fis-Moll-Akkord, den wir hier einfügen sollten, den kriegen wir aus der C-Dur-Tonleiter nicht, und wir können hier nur diatonische Akkorde einfügen aus der jeweiligen Dur-Tonleiter. Deshalb fügen wir auch trotzdem den F-Major-7-Akkord ein, um jetzt alle Akkorde von C-Dur in Quintfällen angeordnet zu haben. Jedoch hier vom F-Major-7 zum H-Moll-7 mit verminderter Quinte haben wir dann eben eine übermäßige Quarte oder eine verminderte Quinte. Und wenn wir diese 7-Akkorde jetzt in Quintfällen angeordnet haben, das heißt also vom F-Major-7 kein Quintfall, zum H-Moll-7 mit verminderter Quinte, dann vom H zum E, Quintfall, E zum A, Quintfall, A zum D, Quintfall, D zum G, Quintfall und G7 zum C-Dur-Akkord, Quintfall und authentische Kadenz, wir lösen wieder auf zur Tonika aus C-Dur. Und in diesem Fall sprechen wir von der Jazz-Voll-Kadenz in C-Dur. Zum Wort Jazz-Voll-Kadenz ist das Wort Quintfall jetzt ziemlich oft gefallen, während ich gezeigt habe, wie man eine Jazz-Voll-Kadenz in Dua bildet. Und bei der Quintfall-Sequenz oder beim Quintfall, da kann man hellhörig werden und sagen, Moment, hat das irgendwas mit dem Quintenzirkel zu tun? Und ja, man kann die Jazz-Voll-Kadenz auch sich im Quintenzirkel angucken und Quintfall-Sequenzen auch, denn im Quintenzirkel sind Töne ja im Uhrzeigersinn in Quinten aufsteigend angeordnet. Das heißt also, der Quintenzirkel, der könnte uns ja rein theoretisch dabei helfen, Jazz-Voll-Kadzen zu bilden oder Quintfall-Sequenzen zu bilden. Und das schauen wir uns mal an. Wir haben eben eine Jazz-Voll-Kadenz in C-Dur gebildet. Deshalb markieren wir uns hier im Quintenzirkel auch einmal unser tonales Zentrum, den Ton C. Und wir wissen, dass hier in C-Dur ein C-Dur-Akkord drauf gebildet werden kann, drauf harmonisiert werden kann. Und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Akkorde, die wir hier in Quintfällen gesetzt haben, miteinander an. Vom C-Dur würden wir ja als nächstes zum F-Major 7, dieser Akkord stand ganz links in der Notation eben, würden wir als nächstes ganz weit weg gehen zum F-Major 7. Dann würden wir vom F zum H springen, vom H zum E, vom E zum A, vom A zum D, vom D zum G, vom G zum C. Und wenn wir diese Schritte mal im Quintenzirkel markieren, dann sieht das Ganze so aus. Und die Richtung, in denen wir diese Linie ablaufen, die sieht dann so aus. Und was wir hier sehr, sehr gut sehen können, sind die Quintfälle, die wir in der Jazz-Voll-Kadenz machen. Und eben dieser eine Fall, in dem wir keinen Quintfall machen, sondern um eine übermäßige Quarte, beziehungsweise verminderte Quinte weitergehen. Wir gehen vom C zum F, das funktioniert wunderbar im Quintenzirkel, Quintfall. Dann geht es allerdings vom F zum H, und da halbieren wir einmal den Quintenzirkel. Und da machen wir den Schritt eines Tritonus, beziehungsweise eben einer verminderten Quinte oder übermäßigen Quarte. Vom H geht es jetzt durchweg in einer Quintfallsequenz wieder zurück zum C-Dur-Akkord. Von H vermindert zu E-Moll-7, zu A-Moll-7, zu D-Moll-7, zu G-7, und G-7 löst sich zu C-Dur wieder auf. Und wir haben unsere Jazz-Voll-Kadenz. Und das heißt jetzt wiederum, wenn wir diese Schablone verschieben und respektieren, wo jetzt der jeweilige Akkord unserer Jazz-Voll-Kadenz sitzt, können wir für sämtliche Akkorde die Jazz-Voll-Kadenz in Dur bilden. Für Moll funktioniert das ähnlich, dafür müssen wir allerdings unsere Schablone leicht variieren. Für eine Jazz-Voll-Kadenz in Moll hätten wir zum Beispiel dieselben Töne, wie wir hier in C-Dur hätten. Wir würden allerdings das A als tonales Zentrum markieren und hätten dann eine Jazz-Voll-Kadenz in A-Moll. Die Jazz-Voll-Kadenz in Moll, die schauen wir uns gleich auch einmal an und schauen uns an, wie sie gebildet wird. Eigentlich dürfte das schon klar sein. Wir wollen uns aber erst mal ein Beispiel für eine Jazz-Voll-Kadenz in einem Jazz-Standard angucken. Ein gutes und wirklich eindeutiges Beispiel für eine Voll-Kadenz in Dur ist der Song Take 5 von Paul Desmond. Während der A-Teil hier in S-Moll steht, steht der B-Teil in Gess-Dur, also der parallelen Dur-Tonart, gleiches Tonmaterial, deshalb parallele Tonarten. Und wir haben hier im B-Teil ganz eindeutig eine Jazz-Voll-Kadenz in Gess-Dur. Da ich jetzt aber weiß, dass Gess-Dur bzw. Fiss-Dur eine wirkliche Hass-Tonart für so manchen ist und hier ja extrem viele Vorzeichen stehen, sechs Vorzeichen, werde ich das Ganze jetzt erst mal nach C-Dur transponieren, damit auch wirklich jeder ganz eindeutig sieht, dass wir hier eine Jazz-Voll-Kadenz in Dur haben. Und hier sehen wir jetzt das Stück Take 5 in A-Moll bzw. im B-Teil in C-Dur. Im A-Teil haben wir jetzt immer nur einen Wechsel aus A-Moll und E-Moll 7, sprich den Akkord der fünften Stufe aus A-Moll. Und dieser A-Teil, der interessiert uns gar nicht so sehr, sondern eben hier dieser B-Teil mit der Jazz-Voll-Kadenz. Wir sehen hier eine Quintfall-Sequenz, die wir uns gleich genauer angucken und die endet hier auf einem C-Major-Akkord bzw. C-Major 7 mit der Septime drin. Und das wäre ja eben auch der Akkord der ersten Stufe einer C-Dur-Tonleiter. Und wenn wir uns das Ganze jetzt weiter angucken, dann sehen wir, dass wir hier von der Subdominanten von C-Dur aus, von der vierten Stufe, Major 7, von diesem Akkord, dass wir hier weitergehen auf das H-Moll 7 mit verminderter Quinte. Hier ist nur eine andere Schreibweise und hier ist die internationale Schreibweise gewählt. Deshalb steht hier ein B. Es ist ein H-Moll 7 mit verminderter Quinte und eben die siebte Stufe von C-Dur. Dann gibt es wieder, dann gibt es ein Quintfall von diesem H zum E, der dritten Stufe Moll von C-Dur. Dann gibt es wieder ein Quintfall vom E-Moll zum A-Moll, wieder ein Quintfall vom A-Moll zum D-Moll, vom D-Moll zum G7, vom G7 zum C-Dur. Und hier löst sich das Ganze auf. Hier haben wir dann die 2, zweite Stufe von C-Dur, 5, fünfte Stufe von C-Dur, 1, erste Stufe C-Dur, Tonika, die 2,5,1er-Kadenz beziehungsweise Jazz-Kadenz. Hier haben wir den Jazz-Turnaround in C-Dur. Und hier haben wir sämtliche Akkorde, möglichst in Quintfällen angeordnet aus C-Dur und sprechen dann von einer Jazz-Vollkadenz in Dur. In den nächsten vier Takten haben wir auch fast eine Jazz-Vollkadenz in Dur. Allerdings fehlt uns hier hinten der C-Major 7-Akkord. Und hier steht stattdessen ein H-Moll 7 und ein E7. Und dieses E7 ist die Dominante vom A-Moll. Das heißt also, hier wird wieder übergeleitet zu A-Moll, während wir hier die ganze Zeit in C-Dur waren, im B-Teil. Und das hier ist auch eine 2,5-Kadenz von A-Moll. Das ist die zweite Stufe von A-Moll. Das ist die fünfte Stufe von A-H-Moll. Und dann landen wir auf A-Moll, A-I-U-Lisch. Und haben dann wieder schön von C-Dur übergeleitet nach A-Moll. Das Ganze klingt so, ich spiele mal einmal hier diesen kompletten Lead-Sheet ab, damit du schön den Kontext hast, dass wir hier aus Moll kommen. Und durch eine Jazz-Kadenz in C-Dur durchwandern. Musik Genau, hier hast du auch schön die Überleitung gehört mit der 2,5er-Kadenz zu A-Moll. Wir wollen uns jetzt auch mal anschauen, wie das Ganze denn in Moll aussieht und wie die Jazz-Vollkadenz in Moll gebildet wird. Denn das war hier tatsächlich das einzige Beispiel, was wirklich eindeutig uns eine Jazz-Vollkadenz in Dua zeigt. Ich habe lange gestern noch meine Jazz-Realbox durchgeguckt und die Liedsheets durchgesucht. Und nach so einer eindeutigen Jazz-Vollkadenz in Dua gesucht und meistens ist die dann durch Substitutionsdominanten, sekundäre 2,5er-Kadenzen und so weiter dann noch variiert. Das passiert sehr, sehr oft. Wichtig ist aber, dass man die Jazz-Vollkadenz kennt, um halt wirklich zu sehen, was da harmonisch abläuft und eventuelle Abweichungen dann auch zu erkennen. Das werden wir uns in den nächsten Videos mal anschauen. Hier haben wir jetzt eine Jazz-Vollkadenz in A-Moll. Das heißt also, diese Vollkadenz benutzt dasselbe Tonmaterial wie die Jazz-Vollkadenz in C-Dua. Die einzelnen Stufenakkorde, die sind auch gleich. Nur unser tonales Zentrum ist hier auf dem A-Moll-Akkord. Und hier habe ich auch wieder diese ganzen Stufenakkorde, die man aus einer A-Moll-Tonleiter a-iolisch bilden kann, hintereinander weggeschrieben, sodass sich Quintfälle ergeben. Also ich habe im Prinzip die Vollkadenz in A-Moll genauso gebildet wie die Vollkadenz in C-Dua. Auch hier haben wir wieder eine 2-5-1-Kadenz bzw. eine Jazz-Kadenz, allerdings in Moll, wenn wir uns diese letzten drei Akkorde der Vollkadenz angucken. Und ein Jazz-Turnaround in Moll, wenn wir uns die letzten vier Akkorde der Vollkadenz in A-Moll angucken. Eine kleine Abweichung wird dir jetzt allerdings auffallen. Und zwar steht hier ein E-7-Akkord als allerletzter Akkord, als Dominante vom A-Moll-7. Und dieser E-7-Akkord, der ist in einer A-Moll-Tonleiter ja gar nicht enthalten. In der A-Moll-Tonleiter haben wir dasselbe Tonmaterial wie in der C-Dur-Tonleiter, weil die beiden Tonarten parallel sind. Wir haben die Töne A, H, C, D, E, F, G und dann wieder den Ton A. Wir haben also diesen Ton Gis nicht enthalten in einer A-Moll-Tonleiter. Und hier kommt er trotzdem vor, wenn wir in der A-Moll-Tonleiter den Ton G haben und hier eigentlich ein E-Moll-7 spielen müssten. Wichtig bei dieser Vollkadenz in Moll ist allerdings, dass wir am Ende auch wieder eine Schlusskadenz bekommen. Das heißt also mit einem Dominante-7-Akkord zur Tonika in Moll auflösen wollen. Und wir brauchen hier wieder diesen Leitton Gis zum Grundton A, um auch wirklich diese volle Auflösung, um hier richtig eine Schlusskadenz zu bilden. Und deshalb wird hier der Ton G zum Gis erhöht beim letzten Akkord und wir bekommen ein E7. Und unsere A-Moll-Tonleiter wird kurzzeitig von A, H, C, D, E, F, G, A plötzlich zu A, H, C, D, E, F, Gis, A. Wir benutzen also A-Harmonisch-Moll in diesem Fall und bekommen hier eine ganz klare Dissonanz und die löst sich auch wieder schön zum A-Moll-7 auf. Wenn wir A-Harmonisch-Moll über diesen E7-Akkord spielen, dann sprechen wir natürlich vom fünften Modus, den man aus einer Harmonisch-Moll-Tonleiter bilden kann. Dann hätten wir hier die Skala E-Harmonisch-Moll mit kleiner None und kleiner Tredezime. Dazu lege ich dir auch nochmal ein Video in die Infokarte. Ansonsten haben wir hier jetzt genau dasselbe Akkordmaterial wie in der Toner C-Dur, nur tonales Zentrum auf A-Moll. Und wir können uns mal anschauen, wo unsere Quintfälle jetzt überall liegen. Wir sollten ja durchweg Quintfälle haben, bis auf eine Ausnahme. D-Moll-7, vierte Stufe von A-Moll, fällt runter um eine Quinte zum G7. Das G7 fällt runter um eine Quinte zum C-Major-7, auch Tonleiter eigen. Das C-Major-7 fällt runter zum F-Major-7, auch wieder ein Quintfall. F-Major-7 fällt runter zum H-Moll-7 mit verminderter Quinte. Und hier haben wir eben keinen Quintfall, sondern ein Halbton weniger, eine übermäßige Quarte, beziehungsweise verminderter Quinte. Jetzt geht es wieder in Quintfällen weiter. H-Moll-7 mit verminderter Quinte, das ist charakteristisch in Moll, fällt runter um ein Quintfall zu E7. Und das E7 fällt runter um ein Quintfall zum A-Moll-7. Und das Ganze wird hier auch komplett aufgelöst. Die Vollkadenz in A-Moll klingt so. Und während die Jazz-Vollkadenz in Dua meist stark verändert und stark variiert in Jazz-Standards auftritt, und es hier schwerfällt, an dieser Stelle viele Beispiele für Vollkadenzen in Dua zu finden, tritt die Jazz-Vollkadenz in Moll sehr, sehr häufig auf. Und das nicht nur im Jazz, sondern rundherum überall in der Musik und auch schon in der Klassik und im Barock gab es eben diese Quintfall-Sequenzen, die gerne benutzt wurden. Zum Beispiel Stücke wie I Will Survive benutzen diese Vollkadenz in Moll. Ein Standardbeispiel für eine Jazz-Kadenz in Moll ist der Song Autumn Leaves. Das ist ein Jazz-Standard von Johnny Mercer. Und hier finden wir im A-Teil die Jazz-Vollkadenz in Moll. In diesem Fall habe ich den Song nach A-Moll transponiert. Und wir haben hier eine Jazz-Vollkadenz in A-Moll. Das schauen wir uns auch wieder an. Wir starten hier, gerade wie im Beispiel zur Jazz-Vollkadenz, mit dem D7-Akkord. Quintfall zum G7, Quintfall zum C, Quintfall zum F. Dann haben wir eben kein Quintfall zum H-Moll mit verminderter Quinte. Tonleitereigener Akkord von der A-Moll-Tonleiter. Und die zweite Stufe von A-Moll. Dann kommt die fünfte Stufe, harmonisiert Moll, E7. Hier wird A harmonisch Moll drüber gespielt. Und dann haben wir wieder die Tonika in Moll, den A-Moll-Akkord. Und hier eben eine volle Jazz-Kadenz, Jazz-Vollkadenz in Moll. Bei der zweiten Wiederholung ist das auch noch so. Wenn wir in den B-Teil kommen, dann ist das eben nicht mehr so. Hier haben wir eine 2-5-1er-Kadenz in A-Moll. Die zweite Stufe von A-Moll wird hier genutzt. Dann die fünfte Stufe, harmonisiert nach A harmonisch Moll. Sonst müsste hier ja ein E-Moll-Akkord stehen. Und dann haben wir hier wieder die erste Stufe. Und jetzt geht es wieder weiter. Und wir sehen wieder die vierte Stufe von A-Moll. Quintfall. Dann wieder vom G zum C, Quintfall vom C zum F. Quintfall vom F zum B. Aus Gründen der Tonleiter, des Tonmaterials, haben wir hier wieder kein Quintfall. Dann haben wir wieder ein Quintfall vom H zum E. Und dann wieder ein Quintfall vom E zum A. Und auch hier wieder kurz mal eine Jazz-Vollkadenz in Moll. Gut, das soll an dieser Stelle schon eindeutig sein vom Zitat her. Da brauche ich hier nicht mehr mehr abzuspielen. Den Song Autumn Leaves findest du auch auf YouTube und kannst ihn dir dort nochmal anhören. Das solltest du ohnehin bei meinen Beispielen immer nochmal machen. Weil ich ja meist Liedsheets benutze, um diese Musikzitate zu machen. Und es dann meist in den Stücken selber nochmal viel eindeutiger wird. Ich benutze hier wirklich nur das Relevanteste, was ich brauche, um dir das Ganze nochmal zu zeigen und um meinen Beleg zu liefern. Fly Me to the Moon ist auch ein Beispiel für eine Jazz-Vollkadenz in Moll. Hier habe ich wieder das Stück nach A-Moll transponiert. Und wir finden hier im A-Teil, wunderbar, eine Jazz-Vollkadenz in A-Moll. Es geht hier direkt los auf der Tonika. Das heißt also, wir gehen hier nicht auf der Moll-Subdominanten, beziehungsweise Subdominant-Parallelen A-Moll los, sondern starten auf dem A-Moll-Akkord. Vom A-Moll zum D-Moll, Quintfall vom D-Moll zum G7, Quintfall G7, Quintfall zu C-Maj7. Dann geht es weiter vom C-Maj7 zum F-Maj7. Vom F geht es jetzt nicht im Quintfall weiter. Hier landen wir wieder, wie schon bekannt und wie wir es so langsam wissen. Hier springen wir einmal quer durch den Quintenzirkel durch und halbieren ihn einmal und landen dann durch den Schritt einer verminderten Quinte auf dem H-Moll-7 mit verminderter Quinte. Zweite Stufe von A-Moll. Dann haben wir hier die fünfte Stufe, auch wieder ein Quintfall dazwischen. Und die erste Stufe 2-5-Einserkadenz. Beziehungsweise, von hier aus gesehen, Jazz Turnaround in A-Moll. Und dann haben wir hier im A-Teil einmal die Jazz Vollkadenz in Moll abgelaufen. Und Fly Me To The Moon klingt, wir kennen es ja eigentlich alle, klingt aber so, um nochmal auf die Vollkadenz zu achten. Okay, und hier oben hast du dann die Jazz Vollkadenz in A-Moll gehört. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die Jazz Vollkadenz natürlich nicht erst mit der Entstehung des Jazz genutzt wurde, sondern dass diese Quintfallsequenzen, die eine Jazz Vollkadenz ausmachen, auch schon viel früher in der Klassik und im Barock und sogar schon davor benutzt wurden in der Komposition. Und das, was ich dir hier gleich kurz zeige, ist auch die Jazz Vollkadenz. Allerdings gab es damals den Begriff der Jazz Vollkadenz noch nicht, denn dieses Werk ist von Händel und heißt Passacaglia. Und nun denk mal an die Kadenz von Fly Me To The Moon, während du dir diese paar Takte aus dem Werk anhörst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss nicht, jetzt ein Abo zu hinterlassen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Klick auf Gefällt mir, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.